hey was ist los ich will dass da warum seid ihr hier ich habe aufgaben für dich ich warum läufst du denn weg ich habe aufgaben für dich läuft er jetzt in wenn ihr vielleicht handeln ne aber pferdeschwanz wirkendächtig vollbart vollbart ja ok das kopf ich mal mal ne ne ja gut egal ich werde zur heldengilde ja also ich müsste jetzt eigentlich genug haben um ein bisschen mehr zu skillen gut und auch einfach im papier ok also auf jeden fall körperbau äh wat nochmal körper ne körper gesundheit gesundheit auch gesundheit genau aber körper auch nicht schlecht gesundheit aber körper und gesundheit ok nochmal körper wieder mal 50.000 ja ne ja genau aber wieder komm machen wir nochmal körperbau machen wir jetzt nochmal körperbau genau das passt mhm genau sehr schön äh nein äh so ich bin wieder weg ihr solltet mace besuchen ich glaube er hat wieder neuigkeiten für euch ja ja ich besuche mace wenn du kein problem so ähm okul erstmal nach okul erstmal nach okul erstmal nach okul da hab ich echt nen schwere schwanz ne sieht ein bisschen aus wie geralt hm ich mach was ich hab einfach den geralt gemacht geralt der neuzeit ey die frage ob es sich ob wenn man die jahre betrachtet ob es jetzt nach Witcher na warte mal hey wo laufs denn âu ja warte okay er ah nee jetzt wird er mehr Und gleich. Nein. Ja. Hahaha. Ich will es lachen, Alter. kann ich euch für eine partie ich höre mir im herzen Scheint ein ganz netter Held zu sein Maze möchte mit euch sprechen Geht ihr zu ihm in die Taverne? Hurra Ja Darf ich euch Gesellschaft leisten? Ja Darf ich euch Gesellschaft leisten? Ach warum muss ich Warte mal Ich muss bestimmt die Simuji haben dafür Entschuldigung Warte mal Machen wir mal Step-Tanz weg Hey 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 Ja Okay Also wir können wohl jetzt heiraten Wollen wir mal gucken Warte nicht Warte Warte mal ein paar Händler Danke Alter Und uns hat uns einfach halbe Stadt verliebt Geil Es ist schön euch wiederzusehen Sir Waffenweiß wir doch kaum haben Es ist mir eine Freude euch zu diensten Gut da jetzt tankt ja wie viel zu 80 ne 80 äh Äh Ich hab' ich gekauft Warte mal wie hab' ich gekauft Warte mal wie hab' ich jetzt 17 Und haben wir jetzt 7 und 20 Stück oder wie Ohhhh Ohhhh Warte mal Ah da ging ja zu schnell Da kann man nicht mit 28 habe ich jetzt 8 Uhr Oh ja gut ja wirklich noch Äh Ja gut weil du weißt Du weißt ja gleich den Coving Jetzt auch noch auf Oh Ach komm Gönnung Äh wieder Bili und Fiole Weil wie kostet die Oh die kostet 500 Wollen wir schon 500 2000 2000 Ja Man hat ein paar von den Dingen Dafür Es ist mir eine Freude euch zu diensten 1 a 1 bitte 1 Genau Reit aber eh Und ihr braucht noch Ehringe Genau Wir brauchen das brauchen wir auch noch Rosen Wollen wir auch noch Davon kaufe ich mal 2 Einmal zweimal Verliehen Und Ehring 900 Ähm Wenn ihr plant euch zu verheiraten braucht ihr dieses Symbol ewiger Liebe Denkt immer daran dass ewig ein supertiere Begriff im Ehrrecht von Ehring ist Auf immer und ewig Bis das der Tod und scheidet bis ich dich Gibt es ein besseres Gibt es ein besseres Herz als Anderen Oder Anderen Was Eines Anderen Oder Einer Anderen Was Achso Eines Anderen Zobern Als in einem romanischen Geschenk Da überlegt euch gut Achso Achso Also wir können uns entscheiden Ob wir uns an einen Mann oder eine Frau verlieben Ich meine Wir haben das ja schon mal bei Mass Effect gemacht damals Da fand ich das immer so passend Gibt es ja auch Männer Mal gucken Wollte ich gar nicht Gibt es Männer die sich in uns verguckt haben Aber nicht Das will ich jetzt mal wissen Einen Einen Finden wir einen Kerl Der uns mag Hier Ach tatsächlich Er hier Nice Ach cool Also kannst du es hier wirklich rein aussuchen Ich hab mir gedacht dass es hier nur Frauen werden Weil wir eben halt nur Frauen gesehen haben Ah finde ich cool Es ist wie bei Mass Effect Ah finde ich geil Aber wenn es gut gemacht ist mag ich ein bisschen System echt sehr gerne In vielen Spielen ist es aber meistens sehr Erdeckt Sehr Sehr oberflächlich Sag ich mal so Da hat es mit Liebe nichts zu tun Da punkt es dann einmal in die Kiste Und dann ist es die Liebe Aber gut Überlege ich mir doch Jaja Hier drüben Ja Hm Da bist du ja Ich dachte schon du wärst zu berühmt um hier aufzukreuzen Ich habe nichts mehr von deiner Schwester gehört Und kann auch sonst leider nichts tun Aber es gibt noch Hoffnung Eine blinde Seherin lebt bei Zwillingsklings Räuberwande Sie weiß vielleicht etwas über deine Schwester Die Seherin steht neben dem Räuberkönig Und es ist kein Zufall dass die Räuber in letzter Zeit so erfolgreich sind Hast du von Zwillingskling gehört? Er war einst ein Held Ein echter Riese Hatte aber mit der Gilde wenig am Hut Er ging weg und vereinigte ein Dutzend Räubergruppen Ich war immer der Meinung dass er dein Heim angegriffen hat Das könnte deine Chance auf Rache sein Das Lager kann nicht weit weg sein Das Dorf wird häufig angegriffen Ich ließ eine Questkarte mit Einzelheiten in der Gilde Sucht in der Gilde nach weiteren Quests Okay Schön euch zu sehen Ah Ah ist immer super gemacht Gut Alles klar Hurra Ich hätte gern ein Bier bitte Mit einem Schirmchen drin Es gibt mehr und mehr dieser toll dreisten Räuber heutigen Tags Ja Du willst an mir, ne? Seid gegrüßt, o grüner Held Ich bin der berühmteste aller Barden Ich singe euch Lieder Gebt ihr mir Geld Ich lasse euch nicht lange warten Ich bereue das glaube ich Ich glaube das ist ein Schaden, die bereue ich Und trotzdem tut man das Es ist wie so ein Autounfall Man will weg gucken, aber kann nicht weg gucken Oh Gott Also mal sehen Was habt ihr so getrieben? Ich will nicht Man denke Man male es sich aus Der riesigen Insekten Schar Da schrecklich die Wespenkönigin war Doch der Held machte ihr den gar aus Hm Der Weg von Wahrheit und von Licht Lockt diesen würdevollen Mann Ein paar gute Taten mehr schaden nicht Ihr wird Avos größter Fan sodann Die Händler suchten Hilfe beim Held Auf das Balverine sie nicht ermorden Doch plötzlich hat einer von ihnen gebellt Und ist zum schrecklichen Monster geworden Ich möchte ein Bier bitte Ah Das war die größte Geldverschwendung Gut Ich bin Ja tut mir leid Ja ich weiß ich bin ein gut aussehender Toller Mann Aber tschüss So Leute Ja Ab nach Äh Heldengilde Ab zur Heldengilde Okay Ihr müsst das Räuberlager finden Okay Ja tue ich Such die Serien des Räubers Okay Bis dann Gibt es einen noch für Titel Ich kann ja mal kurz gucken Ich Oder will jemand meine Hilfe Ihr findet bestimmt etwas das euch zusagt Malifis Kurs Du Maske Sehr okay Aha Was kommt jetzt Aha Avatar Ah ja Der Elemente oder wie Du Ide Maske 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 Dann balte ich mehr. Da hau ich die alle weg. Hallo auch, oh Held. Ich suche jemanden, der mich zur Obstfarm bringt. Ich zahle auch für eure Hilfe. Händler können hier recht gefährlich leben. Das ist die Abmachung. Ihr bekommt ein Viertel des Lohns jetzt und den Rest, wenn wir heil ankommen. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr mich begleiten möchtet. Ich werde bis dahin warten. Ja gut, ich bin ja stärker geworden. Ihr bringt mich zur Obstfarm? Ausgezeichnet. Beginnt eure Reise mit dem Ausdrucksmittel folgen. Wenn wir eine neue Region erreichen, Ja, das hättest du schon mal gesagt. Okay, ich glaube ich war das. Das war Greatwood-Eingang, genau. Folge mir. Geht voran, oh Held. Oh ja, und das war ein F1 auf Warten, ne? Warte. Na gut, ich sag euch was. Ich warte. Folge mir. Ich folge dicht auf. Sehr gut. Mach doch mal langsam. Wie schön euch zu sehen. Entschuldigung. Wir tragen den stolzen Titel. Wir gehen lang dann. Komm. Ja, Assassino passt zu Ihnen. Natürlich. Aber ich finde, Geralt von Riva kann man besser nachbauen als... Ne, das sieht geiler aus. Das ist Geralt von Riva. Wir spielen wie Geralt. Haha. Cool. Ich kenne diesen Ort. Ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung. Warte. Ha! Warte und lern Karate. Ne. Aber trotzdem. Warte. Wieso läuft immer einer da hinten hin? Oh. Oh. Da rum. Alter. Oh Gott. Da hat mir nichts getan. Gucken wir doch weiter. Weil was gut ist. Genau. Ah. Das hat er mich schon mal verwirrt. Letztes Mal. Oh Gott. Gott sei Dank. Die war jetzt aber gut gegangen. Was war Glück. Danke. Hey, weißt du. Hey. Mein Schatz. Du siehst ganz in Ordnung aus. Das ist auch so ein Kompliment. Und äh. Ab Frau Nini. Das Kompliment. Nicht. Hey. Haben wir Geld geschlaut. Äh. Au. Warte. Ja. Mal auf. Alter. Wir gucken mal so halb auf die Map. Und das hatte ich auch ein bisschen doof. Aber nicht mal Angst. Ist der eingeriffen. Ich will jetzt voll haben. Ah. Voll machen bitte. Meine Punkte. Genau. Die müssen wir auch alle weghauen. Nicht dass da jetzt gleich blöde Sachen passieren. Die sind gerade so gut. Was ist das denn? Ist das nicht normal? Was ist denn da? Ich will mal wünsch mal, dass die volle Belohnung ist. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal nach Ogro. Mhm. Und wir haben es. Geil. Ah. Nice. Den letzten brauchen wir nicht. Der kommt nicht. Nice. Nice. Ja. Asacino passt zu ihm. Bereit? Bereit? Ha ha ho. Folge mir. Geht voran, oh Held. Ich will mal kurz was gucken. Hast du irgendwas geiles? Ihr findet bestimmt etwas, das euch zusagt. Als Kinderführer? Oh Gott. Gelotze. Ach so. Das ist ein Landstreicher Bart. Oh mein Gott. Das ist ein richtig langer Bart. Das haben wir gar nicht mehr. Den mache ich. Genug. Genug. Wow. Das ist cool. Ja, ja, ja. Das. Obstfarm. Okay. War doch richtig. Hab ich mir richtig gemerkt. Wollte mal sicher gehen. Und er hat keinen Kratzer bekommen. Das heißt, jetzt müssen wir mal volle, volle den kriegen hoffentlich. Jetzt müssen wir voll. Wir sind da und ich hab keinen einzigen Kratzer abbekommen. Ich nicht. Das Gold habt ihr euch redlich verdient. Und hier noch einen Bonus für eure harte Arbeit. Na, Rubin. Danke. Ah, okay. Warte, ich wollte aber eigentlich. Äh, ich weiß gar nicht, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ja. Was sind die Questies da hinten? Das ist ein Oak World. Ah, okay. Ich muss doch nach Oak World. Da muss ich eh hin. Ja gut, dann geht der Oak World. Ist das Oak World? Warte. Wichtig immer, die richtige Taste zu erst drücken. Genau. Ja. 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 Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Kann ich euch für eine Partie Hühnertritt interessieren, Sir? Ich frage mich, was er wohin tut. Braucht ihr einen guten Schwertkämpfer? Nein. Ich frage mich, was er wohin tut. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Ja gut, warte mal, Vater, warte mal, fangen wir noch mal den Kopf an. Den Kopf freue ich auf jeden Fall mal was. Genau, das wäre ganz gut, 83. Gut, wie viel kostet das? 745 Dollar, okay. Sehr schön. Das ist Minus, das ist Minus, das ist Minus, Minus, das ist sogar Plus. Plus 67. Minus 100. Ne, ich glaube, das hier war das Beste, würde ich sagen, gleich. gut. Na, ganz gut. Wenn das erwartet kann, dann guck mal hier, welche hier war da schönste. er war schon das höchste plus 50 das höchste er bietet mehr plus 32 zu wenig das 50 bitte aber ich habe genug geld für alles aber ich habe ja oh gott ich dachte ich hätte genug genau plus 50 58 es ist ein leder längst 58 es kostet zu viel na gut dann muss die plus 58 weil schuhe mal gucken die macht für 17 plattenstiefel genau ja muss ich hier noch gucken kann auch bestimmt verkaufen es gibt mehr und mehr räuber verkaufen genau ich kann auch bestimmt verkaufen aber dann Ok. Aber was mir immer mehr Schaden macht, wenn wir schon dabei sind. Ah, wahrscheinlich noch ganz oben mitzuspielen. Oh, habe ich aber was Gutes erwischt. Ah, ok, das Obsidian-Schwert, das macht ein bisschen mehr, ok. Aber das dauert noch, ok, das dauert nur noch. Bisschen teuer. Nice. Obwohl es vielleicht, mal gucken, war der Hut natürlich. Es sieht so cooler aus, ne? Wie viel Rüstungunterschied macht das? Plus 45. Ah, ok. Haben und nicht haben, ne? Na gut. Ah, sehr nice. Haben wir aber einen guten Nacken gefunden. Weil die ist ja immer noch, äh... Na ja, da sind wir so hoch im Trend. Ist ja immer noch ganz zupi. Und...